. 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 Ja Alter, mein Flow ist so hardcore, hast du es falsch gelesen? Jolly Japan ist der großartige Kato. Für ihr, du Arschloch, ich bin immer hardcore und komme mit meinen Kappflos, Gaspro. Ja Alter, Musato, okay mit Flos, aber Alter, Diskussionssache, so von wegen gross. Also leben wir das, bleiben Alter, komm, bring mal einen von deinen asiatischen Geschriebenen. Ja Alter, ich bin deine Crew jetzt, denn ich komme da an am Job, denn ich komme zu Flicks. Ich habe keine Schlitzaugen, durch den Chipsaulen, glaube ich, in den Gang, du kannst es nicht glauben. Ja Alter, ich bin nicht dumm, ich sehe es, aber du bist kein Asiator, du bist ein Eroges. Stocht? Und das ist nicht geschnallt, und darum macht die Citrale nicht mal von dir halt. Citro, bitte, komm, lass das weg, du bist doch nur noch mit der kleinen Wodkaflasche. Yeah, wir sehen die tolle Zeugrunde, frag dich. Oh boy, wieso dropst du nur Scheisse? Ja Alter, nicht nur noch mal behält, ich komme nicht, wenn die Wodka-Bag-Nummern gehören. Ja, aber ich stamm dazu, als ein Geschäft-Opte aus Flügel kommt dazu. Alter, was machst du, wenn du da noch lüten? Mit Wappetsnummern-Girln-Nummern schieben? Sicher nicht mehr dir, so ein Datenverlierer. Ich komme da an, wenn die Motherfucker halt wüten. Alter, sie macht sicher mit dem Typ aus Italien, weil er sie abfällt. Also, guck mal, die Bibel ist da, wie kein und Adel, als wir es nicht mit Wurde killen. Doch, ich zimm nur auf Pille, wo du die Hure killen. Keiner ist innerhalb der Illen. Yeah, Alter, der vergleift mit der Bibel, kannst du schillen. Es ist mehr wie David gegen Goya, der eingeschickte kleine Frille. Lauter Schläge. Kannst du ecken? Es ist ein Citraler-Mekrofon, wo die Leute flachlegen. David gegen Goya, die Militarre ist geseh, hab ich dort innen vormacht. Ah, yeah, die Parts check's mit, denn du hast ankturieren unsere Arre abschreckend. Hör, alt ist gut, Alter, alles Prolete. Asiaten sind nicht an die Langstrecken-Raketen. Und wenn du siehst, geh ich nicht dabei, als ein Verdi am Siebis am normalen Siebis. Was redest du, Kit? Hast du doch vorher gesehen, wie all meine Raketen ist? Ah, jetzt sind wir wieder wie der Schwanzvergleich. Scheiss doch, Tast, du bist trotzdem mal krankes Sieb. Yeah, das bist du auch. Aber trotzdem rapsch irgendwie meine Frau. Weiss nicht, warum, ich kann das eben auch nicht, aber Jack the fine shit also, ich bring das Balsch. Yeah, du meinst, dass das eine Frau ist? Ich hatte die Hände, die hat ein fucking Geschlechtsumwandel. Aber das habe ich, wo ich den Sender kippe, den ich bockte, in mein Gesicht, wo dein Gesicht bricht kippt. Yeah, schau dir, Jack the fine, hast eigentlich schlechtes Umwandel gehabt, jetzt bist du ein Mann. Und du siehst auf jeden Fall so aus, als er dort im Putz und zeig, was du kannst. Yeah, du bist ein Kerz aus den Arsch, Alter, du hast eine Unwände gemacht, jetzt bist du menschlicher Abfall. Du Grumper, mit der Pumper. Yo, ich habe nicht viel gemacht, ich bin der Hover mit der Shop-Gam. Du bist ein Hover-Fader, also check den Scheiss, Alter. Ich habe nicht verstanden, was du lachst. Du lachst einfach aus, wenn du hoffnig das trifft. Aber heute, weisst du nicht, sogar ich bin bedrifft. Ja! Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Es ist gleich fertig, Alter, du kannst bald heim. Ich los dich jetzt total, wir sind hier im Bikini, wo du etwa verstand es. Eins, zwei, drei... Wenn ihr seid okay, aber wenn wir die ganze Normen hören, dann ist das Scheiße... Hau, Freund, du bist doch behindert, das Mummergirl, wenn sie dich sieht, wird sie anstrengen oder anfliegen. Alter, du bist entniedert und kreisest um die Scheisse, wie in der Schweiz fliegen. Alter, ist irgendwie komisch, vielleicht ein bisschen behindert, trotzdem kein Grund, dass die Ladies verschwindet. Wie glaubt man es, wenn man jetzt würde sagen, wer will von uns schreien, sie sind für die Signale. Yeah, Alter, check that part, der Zeitrahl in 60 kommt, der Strom in der Zitter, Alter, das ist Death Row Records, elektrische Stuhl. Bitte lass mich mit deinen Texten in Ruhe. Hüpp, ich will dich gerne in Ruhe lassen, nur das ist Hip Hop, ich will dich nicht backen, aber das ist mein Job. Und es geht nicht darum, ob ich dich gerne habe, weil ich weiss, dass ich in dir meinen treuesten Fan habe. Alter, was reimst du, du Trottel, willst du Feedback von mir, ich habe das Mike gegen die Boxen? Yeah, und es kommt keines, genau das ist die Problempunkte, ich habe Mike an. Nein, nicht, eben, wenn etwas drauf gewesen wäre, wäre eben etwas gekommen, aber weisst schon. Eben, es hat das doch nicht gelassen, also drum oder fuck, verlust dich statt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR